Vidal mit großen Zielen Der Chilene hofft auf das Triple. Insbesondere vom Gewinn der Champions League träume Arturo Vidal, wie er der Bild sagte. Mit der besten Mannschaft der Welt glaube er an noch größere Erfolge als in der letzten Spielzeit, so der 29-Jährige. Vidal spielt seit einem Jahr für Bayern und hat bereits die Meisterschaft und den Pokal gewinnen können. Ribery legt gegen Guardiola nach Bayerns Star Franck Ribery hat nochmals eine Spitze gegen seinen Ex-Coach Pep Guardiola losgelassen. Guardiola sei ein junger Trainer, dem die Erfahrung fehle, sagte der Franzose der Sportbild. Manchmal rede er zu viel, Fußball sei ganz einfach, so Ribery weiter. Carlo Angelotti hingegen wisse, wie man mit großen Spielern umgehe. Guardiola hatte den FC Bayern nach drei Jahren in Richtung Manchester verlassen. Podolski will in Istanbul bleiben Nationalspieler Lukas Podolski möchte trotz der politisch unsicheren Lage offenbar weiter in der Türkei spielen. Er habe nichts anderes behauptet, sagte der Profi von Galatasaray am Mittwoch im Rahmen des Benefizspiels Champions for Charity. Wenn Medien spekulieren, dann sollen sie spekulieren, führte der 31-Jährige fort. Podolski war im Juli 2015 vom FC Arsenal nach Istanbul gewechselt. Wiese prophezeit Abstiegskampf für Bremen. Es werde mit dem aktuellen Kader eine ähnliche Saison für Werder wie die vergangene, sagte Tim Wiese der Bild. Verstärkungen in der Verteidigung und im Sturm müssten noch kommen, so der ehemalige Nationaltorwart. Bremen hat durch Verkäufe noch etwa 20 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung. Verkäufe Ja, es wurde natürlich viel geschrieben, aber ich glaube, ich muss es selbst für mich entscheiden. Ich habe wirklich viele Sachen, viele gute Sachen auch, wo ich machen kann und jetzt ist nur noch die Entscheidung, mache ich weiter oder mache ich was anderes. Also, viele Türen sind offen, viele Vereine haben angefragt und so, jetzt muss ich für mich erstmal Urlaub und dann für mich entscheiden. Also, es gibt mir da überhaupt keinen Zeitdruck, aber irgendwann wird die Entscheidung fallen. Die Bundesliga ist ja schön. Da war ich aber schon. Danke. Mit den Sport1 News immer up-to-date. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.